Hallo an alle, die sich gerade den Kanal anschauen. Mein Name ist Stefan und ich möchte euch mit diesem Kanal gerne zeigen, was man so mit Maschinen und Werkzeugen alles machen kann. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Bastelkanal, WenserBastelBude. Eigentlich sind das News. Ja, ich möchte euch noch kurz zeigen. Ich habe mir neue Maschinen und Kram angeschafft. Warum, werde ich euch kurz erklären, weil diese Sachen passiert, die haben mich richtig angekürzt und wenn bei mir irgendwas nicht klappt, dann überlege ich mir, wie kann man es besser machen. Ja, jetzt habe ich eine Stange Geld ausgegeben und habe mir Maschinen neue zugelegt. Das war, ich zeige es euch am besten erstmal. Und zwar angefangen hat, dass ich diese Blödenarbeitsplatte, die ihr im Hintergrund schon gesehen habt. Ihr seht jetzt auch schon ein Teil liegen. Hier, das hat angefangen, die Säge auf der Arbeit hat nicht funktioniert. Die kam nicht richtig durch Holz durch. Selbst ein Schreiner hat es probiert, irgendwas war mit der Säge nicht in Ordnung. Stichsäge ausgefallen. Das nächste. Und, 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 und. Dann, nächste wollte ich dann zusammenleimen. Kleber ausgetrocknet. Die Schraubzwinge, die ich von der Arbeit mit runtergenommen habe. Ich wohne ja bei der Arbeit dabei. Die Schraubzwinge haben sich beim Festziehen verzogen. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Die Staubsauger kaputt gegangen. Und, und, und. Da haben wir jetzt. Ach komm, wir machen so viele Projekte auch im Garten und alles. Ja, dann habe ich mir eine richtige Sammelsurium an Maschinen. Fragt nach dem Preis nicht. Jeder, der die Sachen alle sieht, weiß, was für ein Wert das war, bis ich mir da eingekauft habe. Also, da bedanke ich mich auch nochmal bei meiner Frau recht herzlich, dass sie mir das auch ermöglicht hat. Dass ich mir das überhaupt kaufen konnte. Ja, also. Haltet mich nicht für verrückt. Es ist halt so, ich habe einiges an Geld ausgegeben. Das hat mit dem Kanal nichts zu tun. Sondern einfach, weil wir auch Privatprojekte machen. Und, ähm, ihr wisst, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir nichts griffbereit haben. Und dann ist das bei mir der Kratze bei so einem Scheiß. Dass dann, äh, wenn alles mögliche schief geht. Wie gesagt, eine Arbeitsplatte, wollte ich nur kurz was machen. Alles schief wird auch. Wie gesagt, von Klebe aus getrocknet bis sonst was da. Also, da ich ja Festool-Fanatiker bin, habe ich mir die ganze Maschine von Festool angeschafft. Die Schraubzwingen, meines Erachtens ganz klar. Ich hatte ja schon Schraubzwingen von Bessi. Es gibt vielleicht noch Pi her oder sonst was, habe ich keine Erfahrung damit. Viele haben vielleicht Erfahrung damit, ich nicht. Ich habe Bessi-Erfahrung. Und meines Erachtens sind das somit die Besten, was es überhaupt immer gibt, Bessi. Also, als allererstes noch ganz kurz gesagt, ich habe gar nichts, rein gar nichts bei meinem nächsten Video, weil im Moment das alles belegt, kann ich die Rechnung euch zeigen. Ich habe nichts, rein gar nichts gesponsert bekommen, weder von Festool, das ist mir ganz wichtig anzumerke, noch von Bessi, ihr werdet sehen, warum ich das oft erwähne, weil allein die Schraubzwingen waren schon ein kleines Vermöge wert. Also, ich schwöre es euch, keinerlei, ich dürfte es auch gar nicht anders sagen, wenn es nicht anders wäre, ich werde auch die Rechnung nochmal auflegen, dass mir das auch YouTube glaubt, weil die denken, ey, ich bin verrückt, ihr wahrscheinlich auch, wie gesagt schon. Und also alles, was ihr jetzt seht, was ich euch jetzt zeige. Da sieht das aus wie Weihnachtsbasar, ich weiß. Ich möchte auch keinem jetzt irgendwie die Nase lang machen oder sonst was mit dem Video. Das sind halt, ich zeige es euch jetzt auf einmal, die Maschinen, mit denen ich die nächste Zeit arbeiten werde, auch in meinen Videos. Ich werde auch das eine oder andere Unboxing noch machen, weil in dem Riesenpaket hier zum Beispiel sind noch Bessi-Zwingen drin, ich weiß zwar nicht, was die mir da geschickt haben, weil ich habe eigentlich nur von 1,25 Meter und die 800 Meter hier. Ich werde mir auch nochmal 600, 300 Meter zulegen, aber habe ich im Moment kein günstiges Angebot. Also wie gesagt, die Werkzeuge, ich darf es nennen, Werkzeugstor 24, keinerlei Rabatte bekommen. Die günstigsten Zwingen habe ich im Moment bei Diktum gesehen, keinerlei Rabatt bekommen. Bar bezahlt, zeige ich euch wirklich auf der Rechnung beim nächsten Mal. Ja, also ich würde sagen, wir lege los. Wie gesagt, Staubsache kaputt gegangen, der steht dahinter, egal. Neu hingekauft. Das ist der Mieti 1, ich habe mich also lange erkundigt mit der Maschine. Was mache ich, was mache ich nicht. Also, weil ich habe mir das bei Mike's Toolshop angeschaut. Das ging ja darum, ob ich meinen Abschalter drauf anschließen kann. Geht einwandfrei. Ich hoffe es, ich mache noch ein Unboxing und Zusammenmontage mit meinem Abschalter, auch falls du. Dann TS55 FE. Hier seht ihr, haben wir eben ganz kurz schon die Schraubzwing. Dann habe ich mal, wenn man schon Geld hat, sagt man sich, okay, komm. Aber ich habe mir Luxus gegönnt. Ich kenne wahrscheinlich, dass es nicht der, muss ich noch ein kleines dazu sagen, das ist der GM Multifunktionswinkel. Aber, das ist sehr wie Ulmia. Jetzt muss ich dazu sagen, ich sage mal, GM, GM Werkzeuge, stellt die für Ulmia her. Also, das ist ein Original, eigentlich Ulmia, weil GM diese so für Ulmia herstellt. Jetzt werdet ihr hier einen ganz großen Luxus sehen. Ich habe lange überlegt, Domino, was mache ich, 500er, 700er. Da habe ich mir noch kommen. Der Preisunterschied war nicht groß. Es ist klar, wenn man eine gewisse Art von Werkzeuge kauft, eine Masse, kriegt man 2-3 Prozent, weil bei Festool ist nicht viel drin. Da habe ich schon mal die 700er gekauft. Jetzt nochmal. Ich habe ja viel bei Mike's Toolshop, weil die ja auch mit Festool handeln. Ich hätte sie vielleicht auch bei denen gekauft, die sind auch recht günstig. Aber ich wollte einen Ansprechpartner, Werkzeuge 24. Die haben ja einen regulären Verkauf. Im Moment ist das ein bisschen eingeschränkt wegen Corona. Aber die sind bei mir um die Ecke. Wenn ich was habe, kann ich jederzeit hinfahren. Die Sachen habe ich auch zu 80 Prozent abgeholt. Ne, alle bis jetzt habe ich abgeholt bei denen. Und wenn ich an der Maschine was habe, kann ich jederzeit zudehnen. Mike's Toolshop ist im Moment das Einzige, wo ich bestellen konnte. Das kleine Teil. Hat mich jetzt mit Versand 50 Euro gekostet. Wenn ich einen Dreher gehabt hätte, hätte ich mir einen Sand fertig gelassen. Ich würde mir bestimmt nochmal eine Nummer länger anfertigen lassen von einem Dreher. Das ist der Adapter für die 700er, dass ich von der 500er die Fräse benutzen kann. Bis auf den 4er ist das dann die gleiche Länge. Also ich kann mir denselben Maßen arbeiten. Außer natürlich die Eintauchtiefe. Da muss ich dann ein bisschen aufpassen. Das ist ja klar. Also ist ja kein Problem. Wie gesagt, Ersatzfräser noch. Das ist so. Also wie gesagt, das ist der Adapter, dass ich auch 500er arbeiten kann. Wir werden demnächst, ich muss selbst erst üben. Ich habe selbst keine Erfahrung damit. Nur, ich fand halt Domino schon immer faszinierend. Ja, dann habe ich mir halt anstatt die 500er die 700er gekauft. Das ist hier das Zubehör noch. Der Warteschof noch was. Hier sind noch im Lieferrückstand. Weil auch selbst Festool hat Lieferprobleme. Das sind nochmal so Dübelstangen. Dass ich mir meine Dübel selbst schneiden kann. Also wie gesagt, nochmal alles selbst bezahlt. Dann hier für meine Oberfräse Schieneinsatz. Achso, an der Wand schafft sie schon befestigt. Am Schrank hinter. Seht ihr die 1400er und die 1080er Führungsschiene. So, ja, dann halt für die Domino noch Fräseaufsätze. Das ist für Leisten. Das ist für Rundgestänge. Und das hier ist für Seideanschlag nochmal zu messen. Wenn man größere Stücke hat und mehr Löcher nebeneinander machen will. Hat man es dann einfacher. Alles auch nur selbst gesehen. Ich muss es alles noch praktizieren. Dann habe ich mir gleich noch für meinen, ich habe ja den Rotex. Genau, Roh 150. Den habe ich schon länger. Ich habe schon noch ein bisschen Zubehör gekauft. Natürlich Schleifblätter. Hatte ich auch keine gescheiden gehabt. Das waren dann alles so Sachen, warum ich mir mein, ja, Portemonnaie geschmettert habe. Dann eine Kantenfräse. Die habe ich mir jetzt vom Bosch geholt. Die reicht. Das ist eine kleine. Das ist ja nur, wenn ich mal schnell, ich habe ja die große 1400er noch. Aber wenn ich mal schnell was abkanten möchte, ist die natürlich optimal. Ja, von Festool, damals ist er, hat jetzt doppelte, dreifache gekostet. Hier, habe ich mir noch einen zweiten Schrauber gekauft. Dann habe ich jetzt drei, weil einer von der Arbeit darf ich ja auch benutzen. Ich habe mir jetzt den TTC 18,4. Viergang getrieben. Habe ich auch ganz günstig gekriegt. Den hatte ich mir jetzt bei GoTools. Kennt ihr der GoTools? Bei GoTools gekauft. Da bin ich mal gespannt. Das werden wir auch mal ausprobieren. Das ist ein Multifunktionsblatt. Alles schneidbar. Metall. Gerade, wenn man mit dem Akku einen Handwinkelschleifer schneidet. Geringe Schneidbreite. Diamant bestückt. Mal schauen, was das taucht. Habe ich günstig bekommen. Die kostet normal 20 Euro. Die hat einen Shop inklusive Versand für 13 Euro. Also sagen wir rund 14 Euro verkauft. Ja, wie gesagt, das war's. Wie gesagt, da kriege ich noch einen Kasten. Der steht noch aus. Mit 4 bis 8 Kilometer. Dann, wie gesagt, meine Kleber waren ausgetrocknet. Also wie es ist, wenn eins schief geht. Hast du in die scheißige Krippe, geht alles schief. Da ist natürlich noch Kleber. Außen geeignet. Kennt jeder. Aktivator. Patek Stifte. Spezial klebende Stifte. Kennt auch hier der Tideband. Instant Bond. Ja, für Holz. Dass du Holz mal schnell zusammenkleben kannst. Wie man so sieht. Man braucht ja manchmal schnell kleben was. Weil man was fixieren möchte. Und das ist auch der Grund. Boah, schwitsche wieder. Das ist auch der Grund, warum ich im Moment noch nichts gemacht habe. Weil ich habe gewartet auf Material. Auf gewisse Momentsliebe-Schwierigkeiten. Und ja, ich habe mir alles online bestellt. Weil auf Baumarkt hatte ich keinen Bock. Mit unserem Baumarkt habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Mach ich nicht mehr hin. Und da habe ich mir alles online bestellt. War auch weitaus günstiger. War das da halt ein paar Tage. Aber egal. Ja. So, hier nochmal Sekundenkleber. Das ist absoluter Urlaub. Ich weiß nicht, was der nochmal war. Muss ich noch. Ihr seht, der teilweise noch verpackt. Hier Verbindung, dass ich meine Schienen verlängeln kann. Ich habe die zwei zusammen. Da sind nur einer. Immer in einem Paket drin. Splitterschutz für meine Stichsäge. Ich hoffe, die kriege ich wieder hin. Sonst ist das auch noch so ein Projekt, was ich mir nochmal holen muss. Ja. Ach, hier noch. Seht ihr, die meisten gekauften ENT-Bohrer. Mal schauen, was sie taugen. Ich habe zwar die paar von Festtoil da hinten hängen. Aber da hast du halt von 1 bis 13. 0,5 steigend. Da streiten sich auch die Kette. Also bei mir habe ich noch keine blau angelaufene gesehen, wie es viele sagen. Also meine Scheine, alle okay zu sein. Die werden immer so blau angelaufene. Keine Ahnung. Also ich sehe da nichts. Ja. Wir werden ja alles sehen in den Videos. Deswegen habe ich auch im Moment keine Videos gedreht gehabt, weil mich das so angekotzt hat. Nur wegen der Tischplatte hast du nur Mist gehabt. Ja. Wie gesagt, da kommt das eine oder andere noch. Aber ansonsten. Wir werden noch ein Unboxing machen mit dem Bessi Zwing. Oder hier mit dem Staubsauger noch zusammen mit dem Vorabschreiter. Den habe ich ja auch schon länger. Ja. Schauen wir mal an. Das kriegen wir noch hin. Wie gesagt, seht mir das nach, dass ich mir zu viele Weimar gekauft habe. Aber ihr wisst, wie das manchmal ist. Und dann, ich werde in zwei Tagen, werde ich 57 Leute. Wenn man sich da nicht ein bisschen was leisten kann, würde ich sagen. Und immer Arbeiter gegangen ist, wie ich. Ich gehe immer noch Arbeiter davon abgesehen. Hat man eigentlich was erkehrt gemacht. Und wenn man wie ich, ich sage halt wie ich ist, ich gehe in keine Kneipen. Zum Teil so schön früher auch nicht. Wir leben auf keinem großen Fuß. Doch, jetzt. Okay. Aber, also ich würde sagen, wenn man 57 wird, dann kann man sich für ein paar Euro nicht mal eine Maschine. Im Verhältnis gesehen ein paar Euro Maschine kaufen, dass man sich irgendwas ein bisschen angespart hat. Ja. Also, das ist meine Meinung. Das hat ja jeder eine andere Meinung. Aber, andere sagen, man hätte das ganze Geld nicht ausgeben müssen. So teuer ist, man hätte es auch liegen lassen können. Aber, wenn ihr das hinterher mir habt, hinter euch habt, wie ich mit dem Schlaganfall, also das denkt ihr an, dass ihr was lebt. Dann gönnt ihr euch auch mal was. Und ich weiß noch nicht, lebe ich morgen noch, kriege ich morgen wieder einen Schlaganfall. Weiß keiner. Von daher, im Moment bin ich gesund. Ich hoffe, dass ich euch damit viel Spaß machen kann noch. Und, ja. Das ist eigentlich mein Geburtstagsgeschenk, weil ich mir dann in Verbindung mit meiner Frau hinzugelegt habe. Und, ja. Wir werden zusammen Spaß damit haben, oder auch nicht. Weil alles, wie gesagt, die Domino, die probieren wir zusammen beim ersten Mal aus. Und, ja. Da machen wir ein Unboxing, wie gesagt. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Geduld mit dem Zuhören. Und, ja. Wir werden uns weiterhin sehen, denke ich, hoffe ich. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Und bleibt alle gesund, das ist ganz wichtig. Und, ja. Wir werden uns sehen. Tschüss.